Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu Dead by Daylight an diesem Sonntag. Und ich knechte mich selbst, denn ich spiele Uni und das Spiel knechte mich, weil ich diese Map bekommen habe. Und die Mates knechten mich, weil es eine Vierer-SWF aus Deutschland ist. Ich meine, das Land ist ja eigentlich nebensächlich, aber es ist eine Vierer-SWF. Das ist nicht gut. Nicht gut, diese. Und ich glaube, die eine Person hat, glaube ich, auch so 1500 Spielstunden. Also nochmal ein bisschen mehr als ich, tatsächlich. Oh je. Das ist nicht gut. Generatoren stehen auch nicht so, dass ich sagen könnte, ich suche mir drei raus, die ich verteidige. Weil sie nah beieinander stehen oder so. Jetzt wird gezogen. Nicht. Wow. Wow! Sie hat sich geheilt einfach in der Zwischenzeit. Gott, auf der Map, dem Sprint, das geht ja gar nicht. Gott, auf der Map, dem Sprint, das geht ja nicht. Sie müssen mir jetzt auch keine Kills schenken. Das ist sehr freundlich. Aber... Sie schenken Gaul und so. Jetzt fehlen mir wieder zwei Blutbübbels. Okay. 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 Nach vorne, glaube ich. Okay. 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 Wir heben auf, dann ist der Blutzon weg, I know. Aber der ist nicht so schlimm. Ich habe sowieso Schwierigkeiten hier drin. Mit dem Sprint. Da waren doch auch Spuren. Näher heilt sich hier immer noch. Okay. Okay. Weißt du, normalerweise kriegen die anderen Killer locker den Hit durch die Palette. Und ich? Nein. Bei mir ist das Spiel so... Nein. Bis zum nächsten Mal. Ja und wieder. Na gut. Schrein. Bio? Böge. Was ist das? Hier ist ein Haken. Ich habe den Haken nicht gefunden. Ich meine, wir kriegen ja ein paar Hits. Und wenn wir Glück haben... Ist am Ende Nöd noch da? Ja, ich habe Nöd eingeparkt. Don't judge me. Don't. Oh Gott, Nöd ist halt auch hier direkt. Oh Gott. Strike. Nick? Ja, das ist ja ein bisschen schade. Upsi. So, so kann Nöd eine Runde entscheiden. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber andererseits, sie hätten ja Totems machen können. So, Nöd ist erlaubt. Ja, ein bisschen schlecht fühle ich mich. Ja, ist okay, aber ich brauche als Oni auch mal ein Erfolgserlebnis, okay? Ich habe erst gerade eine Runde aufgenommen, da habe ich keinen einzigen Hook bekommen als Oni. Deswegen habe ich jetzt Nöd eingepackt. Ups. Sie werden mich hassen. Aber dafür stehe ich mit meinem Namen. Äh, Entschuldigung. Ja, danke fürs Zugucken. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit Nöd alle noch bekommen. Ich habe mich über die ersten beiden Nöd-Opfer schon gefreut. Aber wir haben alle bekommen. Ja. Ah, sehr gut. Ich freue mich ein bisschen. Egal. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Macht's gut. Und bleibt gesund. Und bye-bye.